Hallo Leute! Damit wir auch weiterhin alle fit bleiben und auch in dieser Zeit den Spaß und die Bewegung haben, haben wir, das Hamburg Towers Dance Team, uns für euch eine Choreografie überlegt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen immer eine kleine Schrittfolge zeigen, die dann am Ende die komplette Choreografie bildet. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr die Choreo nachtanzt, euch dabei aufnehmt, es bei Social Media hochladet und uns, sowie die Hamburg Towers dann markieren würdet. Viel Spaß, bleibt zu Hause und bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018